Heute habe ich ein geiles Paket bekommen und zwar mit Forged Carbon. Ich freue mich auf jeden Fall schon da drauf. Das war alles drin im Paket. Ja, ein paar andere Geschichten auch wie Harz etc. und ein bisschen Plastiline. Und hier siehst du auch schon das Forged Carbon. Letztendlich ist Forged Carbon nichts anderes als Carbon-Schnipsel, die dann in eine Form gepresst werden. Was soll ich als nächstes damit bauen? Schreibt es unten rein.